Hallo, schön, dass ihr wieder da seid bei Just Boating und zur Navigationsaufgabe Nummer 13. Bevor wir loslegen, ein riesen Dankeschön an euch alle für 4000 Abonnenten. Das Ganze hätte ich vor zwei Jahren wirklich nicht erwartet. Besten Dank für eure Unterstützung in den letzten zwei Jahren. Aber jetzt lasst uns direkt loslegen mit der Aufgabe Nummer 13. Ihr wisst ja immer, sämliche Materialempfehlungen findet ihr in der Beschreibung zum Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr über diese Links bestellt. Da könnt ihr mich noch etwas mehr unterstützen. Wenn noch nicht geschehen, dann lasst ein Abo da, dass wir die 5000 auch noch knacken. Und dann geht es direkt los mit der Ausgangssituation. Ein aus Helgoland ausgelaufenes Sportboot befindet sich am 2.07.2014 auf dem Weg nach Bremerhaven. Aufgabe Nummer 1. Um 9 Uhr werden mit dem Handpeilkompass folgende Schifffahrtszeichen gepeilt. Die Tonne Helgoland Ost mit Magnetkompasspeilung zu 184 Grad. Die Tonne Dünne Süd, Magnetkompasspeilung 8 Grad. Die Ablenkung beträgt 0 Grad. Die Missweisung ist der Sikare zu entnehmen. Wie lauten die rechtweisenden Peilungen? Und unser altbewährtes Schema. Ich denke, ihr könnt es mittlerweile auswendig. Wir fangen wieder an mit den beiden Magnetkompasspeilungen. Die Ablenkung, wie gesagt, aus der Aufgabe 0 Grad. Ist klar, wir haben den Handpeilkompass, da ist die Ablenkung immer 0 Grad. Ergibt dann entsprechend die unveränderten missweisenden Peilungen. Die Missweisung müssen wir der Seekarte nehmen. Den Eintrag hier findet ihr ebenfalls auf der Seekarte. Da sind wir bei 45 Minuten Ost für das Jahr 2010. Mit einer jährlichen Veränderung von 5 Minuten in östliche Richtung. Wir sind im Jahr 2014. Das heißt, wir müssen 4 Jahre dazurechnen. 4 mal 5 ist dann 20 Minuten. Das heißt, wir sind dann hier bei 1 Grad und 5 Minuten. Das runden wir auf 1 Grad direkt ab. Und östliche Missweisung, wie gesagt, immer mit Plus. Das heißt, wir haben jeweils plus 1 Grad. Das heißt, unsere rechtsweisenden Peilungen für die Aufgabe Nummer 1 sind 285 Grad für die Tonne Helgoland Ost. Und 9 Grad für die Düne Süd. Da haben wir die Aufgabe 1 bereits erledigt. Und die Aufgabe 2. Tragen Sie die rechtsweisenden Peilungen in diese Karte ein. Und wir schauen uns auch noch direkt die Aufgabe Nummer 3 an. Entnehmen Sie der Seekarte die geografische Position des durch Peilung ermittelten Standortes. Das machen wir jetzt gleich alles in einem Aufwasch. Direkt in der Seekarte. Ja, dann lasst uns direkt anfangen. Die beiden benötigten Tonnen. Wir haben hier einmal die Tonne Helgoland Ost. Das ist diese Tonne hier. Und die Tonne Helgoland Süd. Wir fangen an mit der Tonne Helgoland Ost. Also diese Tonne hier, das sind 285 Grad, die wir eintragen müssen. Dann legen wir unser Kursdreieck wieder entsprechend an. Ich rutsche mal kurz hier hoch, dass ihr seht. 285 Grad. Das war jetzt nicht geplant, dass es wirklich eine nahezu Punktlandung auf die Tonne war. Dann können wir hier unseren Peilstrich reinziehen. Von der Tonne hier her. Das sind in diese Richtung gepeilt. 285 Grad. Das ist die Peilung Nummer 1. Und die Tonne Düne Süd. Die finden wir oben. Das sind 9 Grad. Dann legen wir hier mal die 9 Grad an. Schauen, dass wir wieder direkt in der Nähe sind. Das ist jetzt hier angelegt auf den Nullpunkt hier. Und dann haben wir die 9 Grad. Und dann verschieben wir es auf die Düne Süd. Das ist hier mit 9 Grad. Das sind die beiden recht weißen Peilungen, die wir eintragen müssen. Das heißt hier auf die Düne Süd 9 Grad. Hier zu 185 Grad. Wir haben hier unseren Schnittpunkt. Da wird jetzt blöderweise genau den Pfeil reingezeichnet. Das wird dann unser Ort beobachtet. Um 9 Uhr. Ja, damit haben wir die Aufgabe Nummer 2 auch schon erledigt. Die Peilungen eingetragen. Den Ort ermittelt. Und die Aufgabe Nummer 3 wäre jetzt diesen Ort, die geografische Position aus der Karte zu entnehmen. Das machen wir jetzt sofort im Anschluss. Ja, wir fangen wieder an mit unserem Längengrad. Wir legen einfach unser Kursdreieck jetzt hier bündig. Entschuldigung, wir fangen mal an mit dem Breitengrad. Wir legen bündig hier auf ein Längengrad unser Kursdreieck. Schauen dann, dass es hier eben bündig liegt. Hier direkt auf dem Tonnenpunkt und ziehen dann unsere Markierung hier drüben. Das gleiche machen wir für den Längengrad. Wir legen unser Kursdreieck hier entsprechend bündig auf einem Breitengrad an. Und können dann hier oben direkt die Markierung setzen. Jetzt müssen wir nur nicht die Position entnehmen. Wir haben hier unten 54 Grad, 5 Minuten, 6, 7, 8 Minuten und dann 2, 4, 6. Also 8 Minuten 54 Grad, 8 Minuten, 6 Nördliche Breite. Und dann das gleiche für den Längengrad. Ihr seht, hier sind wir bei der 8. Hier sind wir dann noch bei 7. Das heißt, wir haben hier 7 Grad, 55 Minuten. Und dann sind wir bei 2, 4, 6 und in der Mitte 55, 7 Minuten östliche Länge. Damit auch schon die Aufgabe Nummer 3 erledigt. Und dann schauen wir uns mal die nächste Aufgabe auf der Präsentation an. Zur Folie nochmal kurz zum Mitschreiben. Die Lösung 54 Grad, 8,6 Minuten Nord, 7 Grad, 55,7 Minuten östliche Länge. Das zur Aufgabe 3 und dann die Aufgabe 4. Welche Bedeutung hat die Tonne Helgoland Ost? Und wie immer ein schönes Bild von der Tonne Helgoland Ost. Das ist diese Tonne hier. Und das ist ein Ost-Kardinal-Zeichen. Zeigt an, dass die Gefahrenstelle im Osten sich umfahren werden kann. Das heißt, ihr seht hier diese Tonne Ost. Ihr seht diese beiden Pfeile. Der eine Pfeil zeigt, äh, oder diese Kegel, das sind die Top-Zeichen. Der eine Kegel zeigt nach oben, der andere Kegel zeigt nach unten. Das ist die Ost-Tonne. Ihr könnt euch das einfach vorstellen, wenn ihr hier die Spitze und die Seitenspitzen jeweils miteinander verbindet, würde das Ganze ein Ohr geben. Das könnt ihr euch merken, das ist also die Ost-Tonne. Und so würde dann diese Tonne eben auch schauen. Ihr habt hier oben die beiden Kegel. Ihr habt die Farbgebung schwarz-gelb-schwarz. Die Kegel, die Spitze, der Kegel zeigt immer an, wo die Tonne schwarz ist. Also ihr müsst euch vorstellen, die Tonne ist erstmal gelb und die Kegel zeigen euch dann an die Spitzen jeweils, wo ihr sie schwarz einfärben müsst. Und nachdem der obere Kegel nach oben zeigt, müsst ihr die obere Markierung schwarz machen und der andere Kegel zeigt nach unten, also auch unten schwarz machen. Und daher wisst ihr immer, eine schwarz-gelb-schwarze Tonne ist die Ost-Tonne. So kann man sich das merken. Wenn ihr die Kardinalzeichen noch nicht gelernt habt oder vergessen habt, wie sie aufgebaut sind, dann schaut euch das Video an. Entsprechender Link ist in der Beschreibung zu diesem Video. Ja, das war es mit der Aufgabe 4 und die Aufgabe 5. Von dem durch Peilung ermitteln Standort wird der Kurs auf die Tonne ST abgesetzt. Tragen Sie den Kurs in die Seekarte ein. Und wie immer bei so einer Aufgabe schauen wir uns auch gleich die Aufgabe 6 an, denn die möchte wissen, wie lautet der rechtsweisende Kurs. Und das lösen wir jetzt beides wieder direkt in der Seekarte. Ja, den Kurs auf die Tonne ST absetzen ist jetzt unsere nächste Aufgabe. Unsere aktuelle Position um 9 Uhr war ja hier oben. Die Tonne ST, ich muss jetzt mal die Karteleiter etwas verrutschen, die befindet sich ganz hier unten am Kartenrand. Hier unten ist die Tonne ST. Hier müssen wir jetzt den Kurs eintragen. Das heißt, wir nehmen unseren beobachteten Ort. Schauen, dass wir hier unten wieder direkt sitzen. Jetzt leider nicht ganz, ich zeichne jetzt mal schnell ein. Dann schauen wir es uns an. So, wie gesagt, jetzt haben wir den Kurs in die Karte eingezeichnet. Jetzt bitte das Dreieck nicht mehr verschieben. Wir müssen jetzt hier den Kurs aus der Karte nehmen. Das dürften so nahezu 180 Grad sein. Ihr seht, das Linear liegt fast senkrecht auf der Karte. Jetzt verschieben wir ihn mal hier rüber. Ich lese jetzt mal hier oben den Kurs ab. Das ist ein bisschen einfacher. Ihr seht, hier haben wir die 180, dann haben wir hier 181, 182 Grad. Das ist der rechtsweisende Kurs, den wir jetzt ermittelt haben. Für die Aufgabe Nummer 6, 182 Grad, der rechtsweisende Kurs von der Tonne, also von unserer Position auf die Tonne ST. Und hier nochmal direkt zu mitschreiben. Der rechtsweisende Kurs, 182 Grad. Dann schauen wir direkt weiter zur Aufgabe 7. Die Ablenkung beträgt plus 4 Grad. Die Missweisung ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der Magnetkompasskurs? Und wieder das altbekannte Schema. Wie gesagt, wir rechnen diesmal von unten nach oben. Denkt daran, die Vorzeichen umzukehren. Rechtsweisende Kurs, 182 Grad, haben wir gerade aus der Karte entnommen. Die Missweisung beträgt 1 Grad. Das haben wir ganz am Anfang schon gerechnet. Das ist hier auf Basis der Angaben aus der Seekarte zu entnehmen. Das heißt, von unten nach oben mit dem umgekehrten Vorzeichen. Das heißt, wir sind dann hier bei 181 Grad. Die Ablenkung beträgt 4 Grad. Die können wir hier auch direkt einschreiben. Und wir rechnen dann 181 minus 4 ist gleich 177 Grad. Das heißt, die Lösung hier für die Aufgabe 7, ein Magnetkompasskurs von 177 Grad. Direkt weiter zur Aufgabe 8. Um 9.40 Uhr wird die Tonne E3 quer ab passiert. Wie groß ist die Geschwindigkeit des Bootes seitdem durch Peilung bestimmten Standorte? Hierzu schauen wir uns wieder den Rechenweg an. Also die Peilung war ja um 9 Uhr. Jetzt ist es 9.40 Uhr. Das heißt, die Zeit, die vergangen ist, sind 40 Minuten. Jetzt brauchen wir noch die Entfernung, die wir zur Tonne E3 zurückgelegt haben. Das Ganze müssen wir jetzt wieder aus der Seekarte heraus messen. Für die Ermittlung der Geschwindigkeit brauchen wir noch die Distanz bis zur Tonne E3. Die Tonne E3 befindet sich direkt hier unten, neben unserer Kurslinie. Die Tonne wieder quer ab passiert. Das heißt, wir legen jetzt unser Kursdreieck erstmal auf die Kurslinie an. Das ist hier einen rechten Winkel bildet. Und ziehen dann eine Linie direkt auf der Höhe der Tonne. Das heißt, von diesem Tonnenpunkt hier rüber auf unsere Kurslinie einen senkrechten Strich. Das heißt, wir müssen hier das Kursdreieck exakt auf den Kurs anlegen. Das heißt, genau an dieser Position hätten wir die Tonne E3 quer ab. Das ist jetzt die Distanz, die wir in den Zirkel einstechen, um die Entfernung zu nehmen. Das heißt, einmal hier oben in unserem ermittelten Ort. Dann exakt auf diesen Strich, den wir gerade gezogen haben. Und dann nehmen wir am linken oder rechten Kartenrand wieder entsprechend die Entfernung. Ich steche jetzt mal hier ein. Ihr seht, wir sind bei 54 direkt eingestochen. Bei 5 Minuten ist der Zirkel. 5 Minuten sind exakt 5 Seemalen, die wir da zurückgelegt haben in 40 Minuten. Und mit diesen beiden Werten rechnen wir jetzt unsere Geschwindigkeit aus. Ja, also Zeit 40 Minuten, Entfernung 5 Seemalen. Dann haben wir wieder eine ganz einfache Rechnung. Wir haben 5 Seemalen geteilt durch 40 Minuten mal 60 ist gleich 7,5. Das heißt, wir haben eine Geschwindigkeit von 7,5 Knoten. Ja, das Ganze jetzt wieder mal im Kopf zu rechnen. Dafür gibt es hier auch wieder eine kleine Hilfe. Und zwar, wenn ihr euch überlegt, wir haben 5 Seemalen in 40 Minuten, dann schaffen wir 2,5 Seemalen in 20 Minuten, also die Hälfte. Das heißt, die Hälfte von 5 Seemalen ist 2,5 Seemalen und die Hälfte von 40 Minuten ist 20 Minuten. Und dann ist es ein leichtes, das Ganze auf 60 Minuten hochzurechnen, denn 3 mal 2,5 ist 7,5 und 3 mal 20 ist 60 Minuten. Das heißt, wir schaffen also 7,5 Seemalen in 60 Minuten und 7,5 Seemalen in 60 Minuten entspricht 7,5 Knoten. Das heißt, so bekommt ihr dann ohne großen Rechenaufwand in eurer Prüfung das Ergebnis auch hin. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Aufgabe. Beschreiben Sie Farbe, Kennung und Topzeichen der Tonne ST. Die Tonne ST war unsere Zieltonne, das ist die Tonne, die ganz unten am Kartenrand war, das ist diese hier. Und wir haben, Farbe ist rot-weiß, senkrecht gestreift. Ihr seht das hier unten, RW, Red, White oder auch Deutsch, Rot-Weiß. Der Strich, der hier von oben hoch geht, der senkrechte Strich zeigt, dass die Tonne senkrecht gestreift ist. Die Kennung ist weißes, Gleichtaktfeuer mit 8 Sekunden Wiederkehr. Ihr seht das hier, ISO, 8 Sekunden. Also bitte auch die Kennung in der Tonne Lernen ist hier immer in Englisch angegeben. Da müsst ihr dann die entsprechende deutsche Bezeichnung dazu kennen. Auch hier habe ich ein extra Video gemacht, schaut euch das bitte auch nochmal an. Und das Topzeichen ist ein roter Ball. Das sehen wir oben, dass der Ball rot ist, müsst ihr wissen. Die Tonne würde dann im echten Leben so ausschauen, rot-weiß gestreift und eben der rote Ball als Topzeichen. Ja, damit haben wir die Navigationsaufgabe 13 auch schon geschafft. Hier nochmal sämtliche Lösungen zum Mitschreiben im Überblick. Drückt kurz auf die Pause, wenn ihr es braucht. Schreibt es euch ab. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir bitte unbedingt ein Like da. Abonniert den Kanal. Wie gesagt, der Weg zur 5000. Würde mich freuen, wenn ihr wirklich ein Abo teile hast. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anträge habt, dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, nochmal oben rechts auf die Registerkarte klicken oder auf den SuperSings-Button. Besten Dank euch dafür und wir sehen uns bei der Navigationsaufgabe 14. Bis dahin, viel Spaß beim Laden. Macht's gut, euer Tim.